Sooo, da sind wir wieder bei The Wining of Isaac und heute spielen wir mit Judas im Hard Mode. Hab ich grad spontan geschlossen. Wir hatten dann glaub ich irgendwann mal so einen Plan gemacht, dass wir eigentlich im Kreis mit den Charakteren spielen, aber wat? Yolo Baudadolo, ich hab gerade Lust auf Judas. Und der bekommt das Demon Baby, welches automatisch schießt, ja. Cool. In den Stachraum da unten können wir nicht unbedingt rein, weil wir sonst sterben werden. Und... Ist irgendwas seit der letzten Folge großartiges passiert? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Oh. Doofe Münzen sind doof. Gehen einfach wieder exakt in ihre Ursprungsposition. Das Spiel leckt. Okay. Ich überlieb's den ersten Partylecks. Aber ich weiß nicht warum. Oh Gott, läuft das für... Was ist denn los mit meinem PC? Das kann doch nicht angehen. Ich kann ja gar nichts mehr spielen. The Binding of... Ich deinstallier bald alles und... Ich lösche mein Leben. Uuuuuh. Ach, keine Ahnung, was da los ist. Aber ich würde gerne überleben. Ja, wir versuchen es einfach den ersten Part zu überleben, die Lacks. Und dann stelle ich einfach wieder alles so weit runter, dass... Was weiß ich. Dass das Spiel nicht mehr erkennt. Oh Gott, du bist ja ne Bombe. Gut, dass mein Begleiter mich einfach gesprengt hätte. Scheiß auf Verluste. Ich bin ja egal. Ich existiere ja nur, um dich zu beschützen, du Scheiß-Dermann-Baby. Okay. Die haben wir auf jeden Fall zur Seite geräumt. Das ist doch recht schön. Äh, so. Ich hatte unter dem letzten Part einen Kommentar. Warum spielst du denn mit Mods, obwohl du noch keine 100% hast? Äh, darauf will ich kurz eingehen, während ich hier im Kreis renne. Äh, ich spiele mit Mods, weil es... Abwechslungsreicher und lustiger für mich ist. Also nicht, weil ich mir denke, oh ja, das finden meine Zuschauer besser. Sondern einfach, weil ich es selber lustiger finde und so selber auch spielen würde. Zudem weiß ich nicht mal, ob ich 100% hier auf dem Kanal machen werde. Weil bis zu 100% dauert es einiges und ich müsste eigentlich auch Offscreen-Zeug machen. Weil ich bestimmte Sachen zusammenbekommen muss. Und seitdem zum Beispiel... Nur als Beispiel der... Äh, Meat Boy. Jetzt nicht mehr... Alleine ist, sondern auch jetzt das Bandage-Girl existiert. Gut, da wäre ich etwas getroffen worden. Äh, ist es ein bisschen schwer, das Ganze so zu bekommen. Den Cube of Meat muss man ja viermal bekommen. Dann bekommt man ja Super Meat Boy und das Achievement. Und das werden wir uns mal mit Bandage-Girl schaffen. Allerdings... Kommen ja dieser Cube of Meat und der Bandage-Würfel abwechselnd die ganze Zeit. Und deswegen ist es ziemlich schwer, viermal einen Cube of Meat in einem Gun zu erwischen. Äh, was für unser Upgrade? Ach! Das Fleischkollchen, was unseren Demand erhöht. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja super. Super. Wir haben eigentlich ein Herz dazu bekommen. Wir können uns erlauben jetzt in den Stachelraum zu gehen. Auf die Gefahr hin, dass wir dort drin sterben. Falls irgendwas Böses da auf uns wartet. Aber egal. Wir sind Judas. Und wir spielen im Hard-Mode. Muss ich übrigens nochmal anmerken, weil hier überall Herzen liegen. Äh... Okay. Huiuiui. Ich mag's risikoreich. So. Ist doch wie alles wie neu. Wir haben drei Fliegende wenigstens dafür bekommen, dass ich ins Feuer gerannt bin. Ich bin ein bisschen zu risky. Aber es hat ja alles, Gott sei Dank, geklappt. Ohne Probleme. Ähm... So, hoffen wir mal in der nächsten Ebene den Schlüssel zu finden. Sonst können wir gleich schon wieder die Itemräume vergessen. Und dann weine ich wieder. Haha. weil da weint man. Oh keller! Okay. Können uns schon mal auf den... ... einen Boss einstellen, der immer kommt wenn man im Keller ist. Der ekelhafteste aller Ekelbosse... Und hey wir haben schon mehr damage als wir mit Lazarus hatten im letzten Run. Ist das nicht irgendwie ein bisschen traurig? Irgendwie schon. Äh... Kann ich irgendwie die Feuer treffen, wenn ich so schieße? Ja, kann ich. Oh, guck mal. Skillige Tränen hier. Okay, jetzt treffe ich nicht mehr. Ha. Äh, nach oben muss ich schießen und schräg laufen. Genau. Perfekt. Das dreimal noch nach unten. Ist mir sicherer, als getroffen zu werden. Ich werde wahrscheinlich am Ende eh getroffen, weil ich zu oft daneben schieße. Nochmal ein Herz getroppt, okay. Ich bin mit dem Hardboot, ja. Ja, da ist Blut auf dem Blatt. Ich habe mich nur gefragt, weil, keine Ahnung. Ich sage, es steht ja nicht umsonst da, wenige Herzen. Dieser kleine Auto-Turret-Begleiter ist ziemlich cool gegen diese ganzen Spinnen, muss ich sagen. So, ich mache gerade die Kacki-Häufchen kaputt, dass vielleicht das Kacki-Häufchen-Trinket da drin liegt. Das wäre zumindest ganz cool, bei so viel Kacki hier im Raum. Obwohl bald alle Kacki kaputt ist, weil es einfach nicht droppt. Aua. Ei. Ihr mögen mit euren 500-Meter-Spring-Contests. Äh, bitte kein Trinket und bitte Geld. Ah, danke. So, jetzt wäre noch ein zweiter Schlüssel ganz nett und dann finde ich die Ebene, habe ich sie akzeptiert. Da darf die Ebene mein Sohn sein. Ach, es ist heute wieder so eine Aufnahme, wo ich mich seltsam beim Reden fühle. Ich hoffe, das geht noch weg. Naja. Spätestens, wenn ich den ersten Part habe. Ich versuche, mich mehr an die Zeiten dran zu halten. Weil ich habe gesagt, dass ich es mache und deswegen sollte ich mich auch ein bisschen eher dran halten. Oh Gott. Das Schlimme hier sind nicht diese Köpfe, sondern diese Spinnen. Die sich dann nochmal aufteilen, den Gegner. Kann ich den so da hinziehen, dass ich nicht getroffen werde, aber er schießt? Egal. Er hat einfach getötet. Es tut, was es am besten kann. Vielleicht kann ich mich eigentlich schräg drunter stellen, ne? Töte es! Ja! Schauen wir nur zu. Keine Bombe bisher! Und auch kein richtiger Schlüssel ist nach dem Raum getroppt. Nur einer aus dem Gegner. Das Spiel hat mich ja heute mal wieder besonders lieb. Aber wir weinen nun einfach zurück. Haha. Wir wehren uns mit unseren Tränen. Stimmt. Guck mal, das sind nur die fetten Versionen, von denen die uns gerade hinterhergelaufen sind. Mensch. Macht sich das Spiel auch noch über Dicke lustig. Ha! Einschlützli. Dann könnte ich in den Schäppeli gucken, weil wir genügend Geld haben. Vielleicht gibt es da eine Bombe, dann kriegen wir noch mehr Geld. Huch. Gut, dass sie nicht von Anfang an ausgefahren sind. Holy! Die Stopwatch. Woher fehlt uns ein halbes Herzschaden? Was hat sonst getroffen? Ach, keine Ahnung. Stopwatch. Alles andere, egal. Stopwatch. Ich hätte die Bombe kaufen sollen. Ich habe die Bombe nicht gesehen. Bis zumal habe ich die Bombe erst beachtet, in der Sekunde, als ich... Ja, doof war. Gut. Hoffen wir aber auf den Bomben-Drop. Holy fuck. Ich würde gerne meine Damage abaktivieren. Aber das darf ich ja nicht. Okay. Wir schaffen es schon irgendwie. Nur die fette Rote darf uns nicht treffen. Gut. Droppt jetzt im Hard-Mode Herzen bei solchen fetten roten Gegnern, weil jetzt ist hier wieder ein Herz getroppt. Aber sonst ist immer nie ein Herz getroppt. Ach, ich verstehe es doch nicht. Oh, wir haben das Herz aufgesammelt. Stimmt, uns fehlt hier ein halbes... Ups. Egal. Wir werden schon nicht allzu viel Schaden gleich kriegen. Vielleicht nach dem Boss kam... Oh Gott, warum hat mich das Herz aufgenommen? Ein Pipapuppa. Zack, fliegt euch in den Raum und tut allen, was es berührt, Schaden machen. Da gehen wir nicht rein, weil wir ein Seelenherz haben, welches wir nicht verlieren möchten. Wir haben keine Bombe bekommen. Dort unten ist für einen Schlüssel ein Büchereiladen, welchen wir auch nicht benötigen eigentlich. Ich bin mal so arrogant und gehe da nicht rein. Und gehe einfach Richtung Boss. Ja. Vielleicht können wir fliegen. Der Ha... Der Haunti. Werte ihn erwartet? Ich bestimmt nicht. Habe ja nicht zu eben immer gesagt, ach, jetzt wissen wir eh schon, wer uns erwartet. Nee, nee. Der Haunti kommt immer. Was? Der Körper von dir kann mich berühren in der Ge... Hä? Der ist doch in der Geistergestalt. Was ist denn bitte in der Geistergestalt, wenn er mich dabei berühren kann? Und warum machst du denn selbst da schon ein Herzschaden? Was bist du für ein Stück Scheiße? Ich hasse dich. Aber ich hasse andere Bombe mehr. Bosse. Bombe. Einfach. Oh. Pillen. Schauen wir uns gleich an. So, wir könnten unsere ganze Existenz auch opfern dafür, dass wir dann morgens Knife dabei hätten. Was ziemlich dumm ist. Oder kannst du das Kopf nehmen, um Fliegen zu spawnen, was auch ziemlich dumm ist. Leider. Ich würde das so gerne mitnehmen. Äh, kurz eine Sache. Ich habe heute erfahren, dass es bei Rebirth andersherum ist, wie beim klassischen Isaac. Beim klassischen Isaac war es so, wenn du ein Special Item mitgenommen hast, war deine Chance sehr gering, ein weiteres Special Item zu finden. Es sind bestimmte Items als Special Item getaggt, darunter aber mal am Snipe, was hier gerade liegt. Wenn man in Rebirth allerdings Special Items mitnimmt, dann hat man eine höhere Chance auf weitere Special Items zu treffen. Ist genau andersherum als beim klassischen Isaac. Wahrscheinlich, dass man halt belohnt wird, diese mitzunehmen. Also verringern wir jetzt, wenn wir rausgehen, unsere Chance auf weitere Special Items. Rainstone. Vollheizung. Ich habe einen Pilz gefunden, dass man sich solche der Welt jetzt eigentlich so früh nicht unbedingt leisten kann. Vielleicht hätten wir ja gar nicht erst reingucken sollen. Ich weiß es nicht. Ich bin aus der Ebene fertig. Bitte Bomben? Nein. Zweimal Wendung? Weiß ich nicht. Und einfach ein Pilz. Amnesia. Es ist mir jetzt ziemlich egal, ich bin mit der Ebene fertig. Gut, dann holen wir uns die Herzen von dort oben. Das hier. Und gehen aus der Ebene raus. Okay. Eine sehr... nicht so unbedingt ertragreiche zweite Ebene. Aber wir schauen mal, was uns noch erwartet. Satan ist weg! Ho, ho! Darf ich's jetzt umdrehen? Nein, okay, darf ich nicht. Und das ist auch geil wegen Guppy, aber ich will nicht mit einem Herz rumlaufen in der dritten Ebene. Nee. Ist zu gefährlich. Hätte ich das Seelenherz noch, hätte der Boss mich nicht getatscht, hätte ich's vielleicht überlegt, aber... Ohne bin ich halt gerade einfach ein wandelndes Opfer. Oh, die Uhr ist gerade aktiv. Jetzt nicht mehr. Die Stopwatch ist cool. Ist zwar nur die kaputte, aber die ist trotzdem cool. Wir werden vielleicht jetzt schon genug Schaden machen. So, stirb! Schade, dass es mir nicht hilft, das Dämonbaby, wenn's gerade nichts zu tun gibt. Der Feind ist aggressiv. Ja, äh... Da wär's perfekt wenn du explodest. Nein, 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 nein. Hey, komm her! Komm her! Komm her! Ja, komm her! Ich will nur, dass er einen Stein in die Lücke reinspringt, deswegen muss er herkommen, aber dieses Viech hüpft so rum wie... Danke. Äh, wir öffnen erst und dann öffnen. Oh Gott, ich stehe in dem Gegner drin. Ah, wir haben einen Slow-Effekt so ganz zusätzlich noch bekommen. Ah, das wird ja schön. Das wird einfach mit dem Ausweichen. Hoffe ich. Ah, ich liebe diesen Slow-Effekt. Wunderbar. Weiter geht's. Vielleicht auch mit dem Hardwood in den ersten Ebenen mehr... Äh, Herzen. Kann ich mir auch vorstellen. So, mit der Bombe komm ich gut dann... Jo. Das ist schön. Den Flatpen hier nimmer mit natürlich. Äh, die Körper hätte ich am liebsten zuerst kaputt, aber es ist auch nicht mehr recht, wenn alles andere wie anders auch stirbt. So. Weil die Körper spritzen ein bisschen weit. Hehe, spritzen. Oh mein Gott! Warum habe ich mit Judas so ein Item-Glück? Heilige! Unser Damage ist jetzt schon göttlich. Und wir haben einfach die Stor- Hä? Weiß, eins der Items hätte mir ja im letzten Rand schon gereicht, die ich jetzt schon fünf hab. Kürcher Zeit ist einfach so ein gutes Item! Das bekomme ich einfach so früh. Und hab ich das Bock auf- Alter! Ein bisschen mehr ausgeglichenes Glück wäre gut. Jetzt rege ich mich auf schon, wenn ich gute Items bekomme. Ja, aber... Ich schließe ja fast schon Polyphemus-Schlüssel, so große die. Da, mein Damage ist einfach fast voll. Achso, wenn ich Münzen aufsammel, können ja jetzt Schlüssel kommen. Oh, das ist super. Hab ich wenigstens kein Schlüsselproblem mehr. So, wir können ja auch gleich in den Shop noch gucken. Wenn wir wollen. Die werden mich ein paar Mal treffen. Oh, erstaunlicherweise nicht mal. So, noch ein Schlüssel. Den Boss könnten wir angehen. Ja, machen wir mal. Wir haben Bock auf Bilder, zwei Herzen und sind ümbar. Das ist die Lens. Sehr schön. Den kriegt man einfach kaputt. Ja, den kriegt man echt einfach kaputt. Heilige. Ich könnte dafür sorgen, dass er den Stein unten rechts kaputt macht, aber ich bin, glaube ich, gerade dafür, einfach selber den wegzusprengen. Jetzt kriegen wir auch noch einen Heiligenraum. Wahrscheinlich ist da jetzt ein Secret Heart drin oder sowas. Ein Halo. All Stats ab. Heilige. Ja, so wurde die Geschichte, wie Judas zum Heiligen wurde. Ich würde die Feuerflammen gerne sprengen, aber... Nee. Ah, durch den Halo haben wir ja noch meinen Hals abbekommen. Ist ja auch super. Müssen wir nur noch fliegen können. Oh, believ. Ich kann fliegen. Dann laufe ich auch nicht mehr in die Stacheln rein. Oder so, 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 so oder so überall reinlaufen. War ich den blauen Stein jetzt kaputt gemacht, oder war ich... Ich schaue am Ende nochmal. Ich hebe mir eine Bombe auf jeden Fall auf. Ich versuch's. Alter, ein Schuss einfach? Okay. Die brauchen mehr. Aber denn nur einen. Sehr schön. Sehr schön. Habe ich alle? Ja, habe ich. So, eine Münze mehr und ich könnte mir ein Seelenherz holen. Das wäre sehr wichtig. Sogar. Sogar. Dann gehen wir erst in den Raum da unten rein. Und dann da oben. Das ist da oben. Nochmal die Bibliothek. Ja, aber ich brauche nichts wirklich. Necronomicon hat sechs Räume, ne? Ja, das lohnt sich nicht. Mit How to Jump komme ich doch an Zeug ran, oder? Wenn ich das ein bisschen missbrauche. Äh, so. Das glitscht nur ein bisschen. Deswegen habe ich Angst, mir weh zu tun. Ja. Ihr seht, was ich meine. Ach, Spiel. Ach, Spiel. Ja, danke. Ja, danke. Ist ja. Ich habe mich nicht mehr gegangen. Wie würde mich jetzt auch lesen? Kann ich jetzt auch was? Ich bin ja auch schon ausgestattet. Ja. Ja, ich bin da. Obwohl. Also da steht nichts. Ich bin dann hier. Aufpassen wegen Stacheln, Herr Zimbelmann. Dort laufen sie ja immer rein. Und dann wird mir ganz viel Zeug geschenkt. Die Schüsse werden überhaupt nicht bis zum Ende des Raums fliegen. Oh nein, was ist der Boss? Empress. Kann die Rage dir Kraft bringen? Keine Ahnung, welches der Weiden das ist. Ah, so. Hallo Gehirnengesicht. Hallo Halbes Herz. Ich hätte gern noch den Goldraum bevor ich den Part beende. Ich habe jetzt zu drehen, dass das Video bald vorbei ist. Das gibt es etwa 10 Stunden, weil ich das vergessen habe. Und einfach nur die große HSιά spielte. Genau. Und den Airline hatte ich schon genug. Ach, wir haben immer noch einen Ball in der Flucht zu hoch. Bällst du mir eins? Was sind sehr viele Menschen? Nur ein paar Leute hier... ...die Trännen gehen. Ich bin mir nicht in den richtigen Gegner reingelaufen. Ich bin dieses von Mama unzulärter. Ah, der ist Options. Das holen wir uns auch im nächsten Part. Aber, also wenn wir Geld haben, fehlt hier noch ein bisschen was. So. So. Was auch immer du bist, du wirkst so blau, vielleicht explodierst du in Schüssel oder so. Auf jeden Fall ist dein Kopf gerade abgefallen. Ah, du explodierst in Schüssel. Den brauchen wir nicht. Oh komm, nur schnell den Goldraum. Nur noch den goldenen Raum. Oh Gott, das war knapp. Eine Pille, die ich nicht kenne. Und Judgment. Kann ich mir nochmal ein bisschen Dugspiel machen gleich. So. Was ist hier los mit der Ebene? Die hört nicht auf. Wir nehmen hier im Raum Kisten und so ein Shit. Okay. Ich glaube, dass ich hier nicht mehr die Automaten beeinflusst. Sondern, äh... Jetzt, ob nach dem Raum Items droppen oder nicht. Aber es droppen, es sind so viele Items getroppt, dass ich gerade mal nachgucken musste, ob ich jetzt irgendwie so einen Lack-Buff habe oder so. Okay, sind alle in den Stacheln gehüpft. Die Liebhaber. Oh Gott, ja. Okay, gut. Ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Binding of Isaac. Ich muss ja jetzt dunkler reden, weil ich größer bin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Zimbelzummelmann. Tschüss. Tschüss.